Hallo, hier spricht Miracocha Gamayoc oder Carlos Arias. Ich möchte euch in den nächsten Monaten einladen zu meinen Konzerten, den Kondo und den Adler, die Prophezeiung von dem Kondo und den Adler. Und ich möchte euch heute auch ein bisschen ein Leckerli geben mit einem neuen Instrument, einem von den Tausenden, die ich habe. Die heißt die Pugna. Das ist eine Quellflute, die größte Quellflute, die wir haben in Peru. Die nächste Konzert wird bald in Österreich. Ich werde mich freuen über die Freundinnen und Brüder, seine Schwestern in Österreich, in der Steiermark. Die nächste Konzert danach wird bald in München, in Kise. Nicht in München selber, sonst in Kise. 30 Minuten von München. Ich lade euch alle ein, ganz herzlich. Nicht vergessen zu mitbringen Kise und Mathe. Die nächste Konzert wird in, in, ähm, nähe Dortmund. Bei sehr, sehr netten Leuten, die ich sehr gerne habe. Ähm, die nächste Konzert wird in Una. Also dann Leute, ähm, wir werden vieles Gutes und Schönes erleben in diesen Konzerten. Und ich werde mich freuen, dass sie ein bisschen ein bisschen von den Tausenden von Instrumenten kennen, die ich habe. Und viele von denen sind Kopie von alten, archäologischen Instrumenten. Dann werde ich sehr froh, wenn sie da sein können. Und diese Konzerte zu erleben, zu genießen und zu reisen da, wo sie am meisten sich gut fühlen. Und jetzt, für die Leute von alten people und die BRasiliere, ähm, wir werden... ... und die Bräse, dann, um, die子... ... und die Freunde, ihr diese Konzerte bis heute Abend, ich lasse... ..., in Europa. Ich hoffe, dass ich in Bräse, in Brasilien, in Peru auch in Ecuador auch in Bolivien... für mich, meine Freunde, ein bisschen von diesem Konzert, die der Kontrolle und der Ägla. Es ist eine Profecise, die mit der Unung, die wir uns in der Indien, mit dem hier, von hier, von hier, von hier, von hier, von Tez Blanca. Es ist das gleiche, was die Inkas und Pre-Inkas uns gezeigt haben, was der Arco-Iris uns zeigt, die Unung, machte die Fuerze. Die Mezcla des Colors machte die Luz. Und das ist ebenso das wir, das wir sind. Die Chakrarunas, wie ich, sind die Mezcla des Colors. Wir sind keine Inkas, wir sind die 20 Kulturen, die in Peru und in Südamerika leben. Alle in einer Person. Und das ist die die Menschen, die unsere Tieren, die unsere Schmerzen, die meine Mäste, die Keras, die die Pampa, Misaio, Kopaku und auch die unsere Schmerzen in der selben, in der costen und in der sien. Für die Freunde in Brasile, ich werde das heute Abend spielen, das heißt La Puña. Und ich hoffe, dass sie einen Tag sehen und sie einen Tag besuchen. Und ich kann ihnen ein bisschen von der Energie und von der Liebe für alle sie. Jetzt in Englisch. Ich werde dir ein kleines Geschenk für alle Menschen in Belgien, in Holland, in England, in den USA, in Irland. Und ich hoffe, ich werde da sein, in den nächsten Monaten, wenn meine Papers fertig sind. Und heute möchte ich Ihnen dieses amazing Instrument. Das ist die größte Flüte, das wir haben. Es ist called Puña. Es ist in Cusco. Ich werde in Deutschland spielen, in Deutschland, in Austria. Ich hoffe, dass ihr dieses Stück, dieses kleine Geschenk, das ich werde dir geben. Und ich werde Sie für die nächsten Monate kommen, in Holland, in Irland, in England oder in Belgium, vielleicht. Und zu zeigen, die Energie und der Energie und die Musik von meinem Land, in South America. To share what in our genes is, our legacy, not the Incas, not only the Incas, all, but the cultures that live before us. Chavins, Wadi, Chancas, Huancas, Rimacs, Incas, Nazcas, Paracas, and so on. There are so many, and none of them should be forgotten. Ok, Tano, I'm going to play a little bit for you, and I hope you will like it. I'm going to play a little bit for you, and I'm going to play a little bit for you, and I'm going to play a little bit for you. I'm going to play a little bit for you, and I'm going to play a little bit for you, and I'm going to play a little bit for you. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018